so okay jetzt geht es weiter mit den kopf definitiv ja auch schon ein bisschen unfair das mit dem versuchen wir dann noch mal im nächsten in der nächsten folge so jetzt gefahrt damit auf jeden fall mit dem kopf noch mal was haben wir denn schön ist haben wir vorschauen ernsthaft ja scheinbar nur das ist ja gar nicht gerade so ein bisschen das werden wirklich nur zeit fahren und wir sagen keinen rennen kann gar nichts doch hier ist doch ein setter interceptor doch ist richtig alles gut okay auf geht's mit dem kopf heute wieder ein bisschen verfolgen einen grünen lamborghini auf dem west beach freeway so haben wir mal wieder was stoppen da bleibt aber auch keine hilfe jetzt gerade ich habe das klar hier haben die zielerfassung festgestellt ausgleichsmanöver einleiten verstanden straßen starren einheiten direkt vor euch in stellung zwei minuten bereits ich habe eigentlich die zeit nageberg einsatzbereit bestätige einsatzbereitet nageberg an eurer position da gewinnt hat er da nicht viel geholfen aber ich weiß auch was das nicht die ganze sache gemämpft die ganze sache gemämpft rafschaden an eurer seien zu schwarzen der mann anweisungen rafschaden p3 und 3 rafschaden einheiten direkt vor euch in stellung Ja, ausgewichen ist er, aber das war dann noch ein bisschen zu krass. Gut, ich kann auch mal was zumindest geschafft. Das war dann doch einer zu viel. Also hat die Straßensperre doch irgendwas gebracht. Gut, geschafft. Ja, endlich mal wieder ein bisschen was Positives von mir nach dem letzten Rennen. Ein Camaro SS kriegen wir dafür als Streife. Gut, nochmal das Ding auch schon. Ich habe das gerade. Ich würde gerne müssen, was wir suchen noch. Das Problem, wir haben nur schnell einen Sitz. Wir haben keine wirklichen... Wir haben nur so einen Mist momentan. Ja, wir müssen zwar ja irgendwo fahren. Warte mal, da war doch irgendwas anderes. Sehe ich gerade. Bis soll ich jetzt irgendwas falsch machen. Da war doch was drunter. Ja, nur ob es wie ein Snackbit. Jawohl, dann machen wir das doch. Dann machen wir die Dinger als Nitzes. So, also wir haben eine Weipe auf jeden Fall, die wir uns leihen dürfen. Na gut, dann fahren wir weiter. Machen wir das nächste Ding auch noch. Und dann sind wir schon mit den Kaps auf zwei Events. Kriegen wir ja meistens pro Kopf. Äh, pro Folge. Da sind es auch drei, aber zwei ist normalerweise generell so. Na gut, auf geht's. Snackbit. Alle Einheit, wir haben eine Notfall-Situation auf der Rockingham-Rolle. Wie sind das denn insgesamt? Fünf? Ich habe Kontakt. Jetzt ist der Versorgung festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. Da war noch einer. Ich habe auch nur zehn Nagelbänder, das ist das Problem. Das heißt, ich muss mich nicht vor den Fahrzeugen setzen. Ich komme nicht daran. Nagelbändschufe drei. So, das war dein scheiß EMV. An aller Einheiten, Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole, Nagelbänder sind genehmigt. Over. Das war der Schlagmücher mit dem Mustang und der Weibach um die ganze Zeit. So, der Weibach schon mal weg. Der muss dann jetzt auch. Haltet die Straße im Auge. Diese Razor setzen die Nägel ein. Das war der Schlagmücher mit dem Zug. Und das war der Schlagmücher. Ich hab alle einhalten, die einsatz von Nageländer freigegeben. Kontakt! Ich hab erst zwei Haftung, ich brauch nur ein Auto. Zumindest die Aufgabe hat es erledigt. Da scheint mir noch ein Ziele-Auto noch her. Das war eine komische Viper, die nächste von denen. Das war auch ziemlich viel Glück dabei. Ein von euch im Krieg ist hier. Sieben Kilometer noch. Ich komm nicht vor die Autos. Die Werkleute brauchen noch einen. Die rote da vorne. Das ist so fließend. Achtung, Verdichtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Das ist so fließend. Das ist so fließend. Das ist alles ganz super. Aber ja, Mustang hat auf jeden Fall noch mal eine mitbekommen. Das sind 2,9 Kilometer noch. Das ist so fließend. Das ist so fließend. Der ist so fließend. Ich möchte, dass ich maximal eine verenden. Die Situation ist äußerst gefährlich. Dass ich noch einen von denen kriegen werde. Maximal. Scheiße. Beide weg. 3 von 5. Ja, ich bin unzufrieden. Ich hätte sie beide bekommen können. Eigentlich. Sie waren beide schwer angeschlagen. Aber das Problem, ich habe keine anderen Einheiten außer meinen EMP. Außer meinen Lagebänder. Und da muss ich jedes Mal vor die Autoren. Das habe ich nicht geschafft. Momentan läuft nicht gerade. Fortgeht der jetzt nochmal. Als Geschwindigkeitskontrolle. So. Okay, dann müssen wir damit also durch sein. Glaube ja. Genau. Ja, doch. Genau, den einen haben wir ja gestoppt. Das war der Lambo. Und jetzt sind wir mal durch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gehen wir hier weiter mit dem Interceptor. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Das war Hanse.